Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Spider-Man. Ja, beziehungsweise halt einer neuen Aufnahme-Session. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, was wir so als nächstes tun müssen. War da nicht irgendwas im letzten Part mit dem Schocker? Ich bin gespannt. Lass dich überraschen. Oh Gott. Sehr schön. Und weiter Spidey. Komm. Mehr Geschwindigkeit. Yes. Irgendwie kann ich noch nicht so richtig Geschwindigkeit aufbauen. Ich bin gespannt, ob das noch mit ein paar Upgrades kommt. Apropos. Moment. Ohne Momento. Toll. Nee. Da. Da. Oh cool. Alter, was ist das? Holy shit. Sieht gut aus. Ähm. Ja. Da. Den hab ich noch nicht erforscht, ne? Den hab ich noch nicht erforscht, ne? Die auch noch nicht. Okay. Okay. Das sind Anzugtransformationen, ne? Verringert genommenen Kampfschaden. Kann ich nix mitmachen. Toll. Toll. Äh. Ich wollte, ich wollte, ich wollte. Moment. Geräte, Fertigkeiten. Hat er da welche? Ja. verfügbar. Ein Fertigkeitspunkt. Griff und Wurf. Ja. Das wäre ne gute Idee, oder? Geht gar nicht. Okay. Erweiter Teil Lower Takedown. Ähm. Wurf. Ausweichfeld. Fenster. Perfekter Treffer. Okay. Der Combo Booster, den sollten wir, glaub ich, als nächstes in Angriff nehmen. Gut. Wo müssen wir lang? Nein. Da. Ähm. Stürmer auf die Burg ist eine Nebenmission. Ja, aber. Schocker. So. Wir machen jetzt erstmal die Hauptmission und um die Nebenmission kümmere ich mich in Wappen das Mal. Es sei denn, wir kommen ja natürlich nicht weiter. Dann müssten wir dann zwangsläufig Nebenmissionen machen. Ey, dieses Schwingende. Einfach göttlich. Tag. Hi. Wow. Wow, bitte was? Frage. Wie soll ich was machen? Ah, okay. Ich soll. Hä? Okay. Das habe ich jetzt noch nicht ganz so kapiert. Ja. Wir haben nichts verbrachen. Eine Bodega überfallen, den Eigentümer gefällt in den Wagen gesteuert. Hä? Na ja, das schon. Aber sonst sind wir echt sauber. Lassen Sie jetzt an. Was? Für ein Widerspruch an sich. Immerhin kein Handy am Steuer. So, zack. Einer weg. Dann noch hier der zweite. Ja, ja. Komm, mach. Bruder. So, tschüss. Wow. Wo kommt der denn her? Zack. Einer noch. Und webs. Alter, wie übelst crazy. Mehr Verbrecher? Das wird ein Internet-Hit. What? Von wo? No. Alter, die dumm. Bruder. Das ist scheiße. Ich hab' keinen Health. Was soll das? So. Ich kann mich nicht heilen. Ja, kacke. Was soll ich denn tun? Hä? wir machen jetzt erstmal nebenmissionen das gibt es doch gar nicht und zwar welche die ich auch gewinnen kann polizeirevier polizeirevier ich wollte nur sagen dass man hätten noch nie so sicher und friedlich war vergleichen sie das mal mit der zeit zu der spiderman erstmals auftauchte okay gut werde ich damals leisteten polizeien feuerwehr grandiose arbeit klar es gab verbrechen aber damit wurden sie fertig natürlich haben wir heute andere dinge als damals irre denen blitze aus den augen kommen wandelnde sandhaufen schurken die aus bienen bestehen hat spiderman die nicht alle eingebuchtet darum geht es doch nicht bevor er ankam gab es die gar nicht bestenfalls zieht er sie an aber oft frage ich mich auf die nicht miteinander ich meine dass ich mir vorstellen würde was diese typen würden bei der man nicht gäbe verblendete rejo and jack mitsinn hat echt ne mag aber ich suche gerade die ganze zeit Lebe-Mission. Ach, da vorne. So, Whams. Phams. Und tschüss. Alter. Wo ist der? Hä? Bruder. Halt. Maul. Was? Muss ich die noch aufhalten, oder was? Echt, Bruder. Komm mal her. So, Schluss jetzt. Nice. Das hat jetzt 75 EP gebracht. Okay. Also, okay. Die Nummer hat jetzt 75 EP gebracht. Hat sich das gelohnt? Ich glaube, ja. Mal gucken. Lohnt sich das hier? Ich glaube, hier kriege ich wieder nur aufs Maul, oder? Spiderman. Spider-Man. Scheiße. Toll, ne? Da. Nimmt das. Alter, hier. Take Down. Yeah. Machen wir es halt so. Whams. Whams. Sehr schön. Dein Arschloch wird schwächer. Hier. Scheiße. Nein. Warum ist hier nichts zum draufkloppen? Hat der gerade Spider-Man gesagt? Hacke? Bruder. Ich kann nicht ausweichen und gleichzeitig kloppen, ne? Ich will dir Respekt bei dir. Ich kann nicht ausweichen und das geht einfach nicht. Halt doch mal dein Maul. Wow. Bams. Hier hat jetzt aber auch nichts gebracht. Überstärkung. Für einen Typ mit dem Knast sind Fisks Männer verdammt loyal. Ja, oder? Boah, Bruder. Was soll ich noch machen? Ey, der Typ da, ne? Der erreicht es jetzt hier. Der nervt mich. Los, Jungs. Beätzen wir das. Dein Arsch. Genug gespielt. Beendet das hier jetzt. Hä? So. Hey, Neuzelgänge. Hat dich erwähnt, dass das hier eine Mitbringparty ist? Legt zusammen. Im Ernst, ich brauche noch viel Miete. Bitte schön. Der da oben. Lass ihn nicht hinter. Spider-Man. Ich habe gerade erfahren, dass wir unendlich an Falschgeld im Umlauf sind. Falschgeld? Eine ausstörbende Kunst. Dann gebe ich ihr mal den Rest. Boah, Alter. Macht ihn endlich fertig. Scheiße. Das ist schon anspruchsvoll. Also, im Vergleich zu der Arkham-Serie, Spider-Man hält viel, viel weniger aus. Viel, viel weniger. War ich dafür auf dem College? Bäm. Wir müssen jetzt viel mehr mit der Umgebung interagieren. Zack. Scheiße. Und tschüss. Haltet doch mal. Jetzt hier den Maul. Tschüss für den Boss. Bäm. Junge. Geh nochmal kaputt. Der ist auch down. Okay. Der ist auch down. Der auch. So, jetzt geht los. Welle 2. Scheiße. Bäm. Okay. Der Typ da. Mit seiner scheiß Knarre. Er muss zuerst weg. Bäm. Ich bin gerade echt fucking nervös. Für einen Typen im Knast sind Fisk's Männer verdammt loyal. Ne? Sag ich doch immer. Oh, oh. Wow. Habe ich den geschafft. Scheiße. Hör doch mal auf mit dem Scheiß. Und tschüss. Oh, Bruder. Boah. Ich versuch die halt gerade alle irgendwie... Hatte ich erwähnt, dass das hier eine Mitbringparty ist? Alle irgendwie rauszuschmeißen. Aber vier Wellen? Schon hart, ne? Boah. Ich habe gerade erfahren, dass hier Unmengen an Falschgeld im Klau sind. Falschgeld? Eine ausstörbende Kunst. Dann gebe ich ihr mal den Rest. Boah. Hier sind auch vier. Was soll denn der Scheiß? Die doch hängt nicht ab. Was? Alter. Toll. Das hat jetzt nix gebracht. Halt's Maul. Ey. Nein. Freunde. Das müsst ihr schon... Mir hier überlassen. Ey. Das gibt es nicht. Das ist doch jetzt hier... Das ist doch nicht mehr... Wahr. Fick durch.